hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt ich bin es euer iseriel heute spielen wir south park the sick of the truth und fangen wir mal an in the lands of zara the humans of koopa keep struggled to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of larnia darkness falls as the humans beg their king to save them a noble king known only as the grand wizard for a thousand years the battle has been waged with only the bravery of the grand wizard to protect his human followers but even though the wizard king is so undeniably cool the drow elf armies continue their attack they seek the humans most treasured relic the stick of truth but the tides of war as soon as news of a new kid spread throughout the land in order to save the humans the grand wizard must get to the new kid before the drow elves can manipulate his name and use him to take the sacred relic in human hands for whomever controls the stick controls the universe ja jetzt war zwar der intro hautfarbe und wie schreiben jetzt Menu mm... bled jetzt mal einfach mal nicht nehmen wir den hier und nehmen wir den hier frisur hmmm hm sie sind alle hässlich also das auch nicht lasse ich nehme den hier kleidung stand zu sein das ist so was sonst schwarz so was vorschnitt nee standards ja auch keine brille ja so geht es eine neue beginnung für uns things are finally going to be good do you really think it will be better for him they won't look for him here we just need to make sure he doesn't attract any attention come on let's see how he's doing sweetie hun y'all dressed hey champ how do you like your new room i know it's a big change for all of us but son do you remember why we moved to this quiet little mountain town he doesn't remember he doesn't remember at all that's good that's good he doesn't remember uh sweetie we want you to have lots of fun here why don't you go out and make some friends right get outside and play son like like normal kids we've got some money for you on the kitchen counter sweetie just be back before it gets dark yeah we love you too ok this was schon ein bissel cringe so mit der periode wir suchen die richtung und drücke a momentan haben wir hier nichts kann ich dann meditieren so hier auch nicht mal gucken was hier oh je nehmen wir alles raus bisschen die kunden ist verschlossen und hier sagt nehmen wir alles mit so hier genauso 10 cent gefunden kann ich duschen so so oh ich konnte nicht krank egal gib mir mal da waren wir das unser raum so was gibt es denn hier so ja ja wir gehen gleich raus oder schon mal dein leben hat direkt berück gefunden so ich bin auch ein bisschen der kunden ja mal gucken was es also gibt so die meint irgendwo liegt geld jetzt hier geil geil so ich glaube das war es dann alles dann gehen wir mal raus können wir runter ne ja 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 ich meine leben alle so hier hinten da ist was ich will ich will da hinten mann kurz hin ich glaube es ist aber ja du hast einen Kussgeraar ich auch mal Yep Geil So Help! Somebody! I can't hold that much longer! Help! Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a Paladin. I live right next door to you. We should be friends. So, wir haben jetzt unseren ersten Freund. Ich will jetzt benutzen. Perücke. Yeah! Ist das cool, oder? Where did you live before moving here? You like Colorado? Oh! Hmm. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King, but the time for talk is not nag. Let me show you my kingdom. Oh, who is your new friend, Eric? Shut up, mom. Not now. Let, 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 Eric. I want to ask him. Willkommen in der König der Koopa Keep. Unsere Weapon Shop hier ist von Clyde, ein Level 14 Warrior. Hier können Sie unsere massive Stabels sehen, durch den Level 9 Ranger, Scott Malkinson, der hat die Kraft für Diabetes. Und hier ist natürlich die hervorragende und hervorragende Prinzessin Kinney, die färreste Mäden in der ganzen Kirche. Keine Frage, warum Kinney wollte, um eine Frau zu sein, es ist nur so, wie er sich jetzt rollen kann. Geil, oder? So, wir reden mal mit Cartman. Ja, natürlich heißen wir Aseriel. Warte so. Äh, nein, aber... Hm. Ich kann mich zwischen... ...Kämpfer und Magier. Am besten machen wir das so. Er nimmt eine Messe, Krabben, eine Kiste, eine weg und du bist weg. So, wir sind Magier. Geil. Ich bin jetzt ein Magier. Na, ich will kaufen. Die haben ein bisschen auf Skyrim angelehnt, so. Man merkt es direkt. So, wir brauchen jetzt mal einen Zauberstab. So, mal gucken, was ich ausrüst. Ne, können wir nicht kaufen. Mit Feinheiten auch nicht. So, links. Anlegen. So, wir haben jetzt unseren Zauberstab. Ich will aber noch was anderes ändern als zurück. Boah, bin ich behindert. Ich steige den Fall schon. Geil. Schutzring haben wir. Oh, yeah. Alles, was ich finde, einfach anlegen. So, zurück. Geil. Okay. Blocken hat der. Benutzen, um deine Aktion auszuwählen. Und drücke A, dann N, um den Z auszuwählen. Dann A. Zauberstab. Okay. Heils war perfekt. Ich hab's schon verkackt. Für A, okay. Ah, okay. Tipe A, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Land. Es war zu kurz. Ah, jetzt. Blöken hat sich einigen, aber nicht den gesamten Schaden eines Angriffs. All right. It's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points. Or PP for short. P, P, P. P, P. If you have a fucking better name for them than fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king and I say it, P, P. Douchebag, use your major ability to make Clyde pay for insulting the king. So, Fähigkeiten. Atem des Drachen. Drücke wieder auf A. Geil. Ah, der zweite Angriff war nicht erwartet. Ba, 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 ba. Das war eine dieser Folge. Wir sehen uns morgen bei der zweiten Folge.